Okay, okay, okay. Gucken, gucken. Wir gucken dir tief in die Augen. Schau mir in die Augen, Kleines. Ach, nur. Ja. Der ist ja nicht darauf eingegangen, ja? Der hat nicht geguckt. Der hat mich nicht in die Augen gesehen. Wenn deine Taschenlampe nicht hell genug ist, dann benutze das Ladegerät. Eine frisch aufgeladene Taschenlampe leuchtet heller und weiter. Wie lade ich die dann auf? Das wusste ich noch gar nicht, dass ich die aufladen kann. Ich mein Spiel jetzt nur schon, was das ist, wie lang. Und, äh, okay, gut. Die Info können wir mal mitnehmen. Wenn irgendjemand weiß, wie man Taschen... die Taschenlampe oder sonstiges auflädt, dann bitte... Ja, also hier mit dem Nachtsichtgerät, mit N. In irgendeiner Folge hatten wir das Problem schon mal. Äh, jetzt geht auch nicht mehr die Taschenlampe. Hä? Ich raff das nicht. Also ich mein, ich drück N, ne? Dann kann schon nicht mehr die Taschenlampe verwenden, aber das bringt mir eh nichts, weil ich die Nachtsichtgeräte nicht verwenden kann. Okay, wir waren hier nach links. Wir haben festgestellt, hier ist nächstes Meer. Ich guck mal grad... Wir müssen noch, noch links. Okay, der steht jetzt da, das wissen wir schon mal. Ich guck mal grad, ob da rechts irgendwie was ist. Aber ich glaub, rechts ist nix mehr. Okay, hier ist auch nichts. Ja, dann äh, ganz, 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 ganz vorsichtig. Ich weiß nicht, ob wir da drüber sollen. Oder, oder hier lang. Oder, oder wo lang auch immer. Oh, 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 oh. Oh, Mayu. Warum erschrecke ich mich immer hier? Ähm, ja, toll. Okay, wir suchen mal. Wir müssen nach Lorlang. Aber... Müssen wir dann... Können wir hier durch? Können wir das kaputt machen? Nein. Können wir hier durch? Auch nicht. Ah, okay. Hier, das können wir kaputt machen. Oh, oh. Okay, 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 Moment. Das funktioniert, das gefällt mir, dass das funktioniert. Und überhaupt, dass man das machen kann, das ist, hat was. Ähm. Machen wir hier noch kaputt. So, jetzt hier. Wunderbar. Ja. Aber ich... Nee, das... Also hier sieht man, sieht man, es funktioniert nicht. Ja. Dann halt... T... T... Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Okay, frischen Filter. Jetzt machen wir das hier noch ein bisschen kaputt. Damit wir hier irgendwie... Da komm. Äpp. Durchkommen. Können wir immer noch nicht da durch? Wieso kommen wir hier nicht durch? Oder muss ich mich bücken und springen? Bücken und springen. Ähm. Moment. Ganz schnell hier nach links. Entweder dieses links oder die... Ja, ganz bestimmt hier dieses links. Okay. Ähm. Bahn... Äh. Gucken wir mal gerade, ob hier drüben was ist. Ich will nichts übersehen, aber... Aha. Lässt sich aber auch nicht vermeiden, dass wir ab und zu mal... Gegebenenfalls etwas übersehen. Ich denke... Äh. Okay, wir müssen nach hinten, wir müssen nach hinten. Wir haben gesehen, dass wir nach hinten müssen. Wir müssen nach hinten. Och nö. Och nö. Och nö. Och nö. Verstecken, 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 verstecken. Versteck dich. Oh! Der Affe hilft. Ähm. Äh. Och shit. Oh, das tut mir leid. Ja. Und schon wieder Spinnenweben. Und jetzt sind wir... Unten. Super. Okay, also ein Fahrstuhl kann die... Kann die Affen töten. schnell hier rein, schnell hier rein, schnell, ah, verdammt, nein, die Affen, wollen wir auch nochmal hier laden, hier, und dann, äh, dann, äh, okay, vorsichtig, da, 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 okay, wir gehen dem einfach mal so ein bisschen aus dem Weg, okay, vorsichtig, wir haben uns nicht bewegt, wir haben uns nicht bewegt, wir haben uns nicht bewegt, geh weg, oh, lecker, oh, lecker, oh, lecker, 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 und, Moment, lass dich gerade mal hier, okay, 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 die sind aber böse, die Affen, das ist bestimmt jetzt draußen wegen seinem Kumpel, das, äh, kann ich natürlich dann absolut nachvollziehen, das ist natürlich auch eine schlimme Sache mit dem Fahrspudel da, aber, äh, ja, wir waren es nicht schuld, okay, okay, wieder neu, hier, keine Spinnenweben mehr, das ist gut, könnten wir jetzt hier irgendwo rein, bitte, 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 da, wo sollen wir da jetzt hin, hier rein, ja, das sieht gut aus, gut, ja, und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen wollte, aber ich durfte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brengten. Mhm. Ja. Okay. Hm. Jetzt, ähm. Super, zwei Affen. Ah, toll. Ja, komm, der Filter war noch gut. Ja, wir haben ja gerade frisch angezogen. Aber okay. Zwei Affen. Ja. Och, nö. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen, wir sollen uns nicht bewegen, wir bewegen uns nicht. Nein, 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 jetzt nicht aufregen, nicht aufregen. Ja, okay, du bist der King, du bist der King, du bist der King, okay, du bist der King. Oh, die legt mich am Arsch. Ähm. Also begeistert bin ich von der Situation hier nicht. Der kommt hier lang, ne? Wo ist der jetzt hin? Ist der noch oben gesprungen? Hi. Bist ja schon wieder da, geh doch nochmal nach oben. Ne, 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 geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben. Ey, Kumpel, das ist kein Problem, geh doch nach oben. Ja. Ey, geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben, bitte, 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 geh nach oben. Ja. Ah, was ist tuf, tuf. Was für einen süßen kleinen Arsch. Na, was war das denn? Okay, nachladen brauchen wir nicht. Dann gehen wir eben halt mal hier in die Richtung. Ich geh die ganze Zeit gebückt, das ist, äh, okay, da ist ein Brief, hier ist ein Pfeil, da ist ein Mensch. Okay. Können wir schnell hier in Ruhe lesen? Ich lese euch eine Geschichte vor. Okay? Okay, wir lesen den ersten Eintrag zum Archiv. Und vom Lager gab es doch eh nur einen Antrag, dann haben wir alles gefunden. Okay, Archiv. Was sind diese, äh, was sind diese Bibliothekare? Ja, frage ich mich auch. Wir haben diesen Lebewesen diesen komischen Namen gegeben, weil sie so zu, weil sie zu schrecklich sind, um unbedannt zu bleiben. Eines ist sicher, sie sind nicht nur einfache Tiere. Ich habe keine Ahnung, welche Strahlung diese Abscheuligkeiten aus dem Leben geformt hat, aber sie sind definitiv zu schlau für normale mutierte Tiere. Ich sehe den Glanz der Intelligenz in ihren Augen und wir wissen nicht, was sie in unseren Augen sehen. Aber, wenn man nicht wegläuft, nicht kämpft und sie einfach direkt ansieht, dann passiert etwas und man bewahrt sein Leben. Obwohl einer von ihnen einen erfahrenen und gut bewaffneten Kämpfer wie eine Fliege zerquetschen kann. Punkt. Könnte es sein, dass sie sich, wenn auch vage, daran erinnern, dass sie auch einmal Menschen waren, wie sie in unsere Augen blicken. Wenn sie in unsere Augen blicken. Vom Verhalten her würde ich sagen, die sind wirklich so wie Affen. Wenn wir natürlich jetzt wie Menschen vom Affen abstammen, dann, ähm, ja. Nee, kann schon mal die andere Seite haben. Also, wie gesagt, wenn man nicht wegläuft, nicht kämpft und sie einfach direkt ansieht. Also, am besten dann auch nicht bewegen. Also, wirklich nur stehen bleiben und gucken. Ja, dann gucken wir jetzt mal, ob wir hier wegkommen. Okay. Hätten wir hier rum noch? Nee, hier ist alles gut, ne? Nee. Ähm, hier ist für, für Menlines, für Atiums. Hier ist für Frauleins. Okay, hier ist, äh, Nummer 5. Nummer 5 lebt, ja. W-was? Na, das war knapp. Gut. Okay, dann. Jetzt reicht es aber. Jetzt, 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 um, um. Okay. Okay. Okay, wir, wir gucken jetzt einfach, dass wir im Wasser landen. So wie jetzt gerade. Ja. Na toll. Jetzt sind wir nass. Es ist dunkel. Die Affen scheinen nicht wirklich freundlich, aber auch nicht wirklich böse. Sehr seltsam. Ach, nö. Da ist schon ein Schweinaffen. Okay, okay, okay. Gucken, gucken. Wir gucken dir tief in die Augen. Schau mir in die Augen, Kleines. Ach, nö. Ja. Der, der ist ja, der ist ja nicht da drauf eingegangen, ja? Der, der hat nicht geguckt. Der hat mich nicht in die Augen gesehen. Man muss mir ja dann schon in die Augen sehen, weil sonst sieht man ja nicht, dass ich keine bösen Absichten hab, ja? Hm. Gut. Gut. Dann, ähm... Shit. 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 Shit, 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 shit. Also, direkt stehen bleiben fände ich jetzt so nicht so dermaßen empfehlenswert. Wir müssen um den... Nee, eigentlich müsste ich auch da lang, ne? Shit. Dann müssen wir nach da... nach da links. Wir gehen einfach mal hier rein. Aber hier finden wir nur sowas hier. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Verdammte. Mann, die sind aber echt aggro. Nein! Also, ganz stehen bleiben ist auch nicht die Lösung bei denen. Ja, also ein bisschen flirten, sehr Augenkontakt, das ist nice, ja. Aber dann auch ein bisschen... vom Geschehen entfernen. Weil sonst wären sie vielleicht zu rollig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, was die denken. Wir gehen einfach mal schnell hier runter. Dann guckt der so schief auf die Seite. Dann greift der uns an. Ey, 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 lass mich doch mal in Ruhe. Ich hab dir doch wirklich nix getan. Blöde Hafe! Blöde Hafe! Muss ich ja versuchen, mit der Kamerasicht stehen weiterhin ins Auge zu gucken. Also in die Augen, also ins Gesicht. Ich darf mich ja dann nicht nicht bewegen, weil sonst hätten wir ja kein Augenkontakt mehr. Ähm, oder wie ist das denn hier gemeint? Ja, ja. Oh, ich war ja. So, wir bewegen uns nicht. Wenn ich mich jetzt gar nicht bewege, dann... Ne? Ja, das ist nämlich auch nicht die Lösung. Shit, wir müssen noch hoch, wir müssen noch hoch, wir müssen noch hoch, wir müssen hier hoch. Medipack, 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 Medipack. Laufen, laufen. Hep, hep, Chanel. Ah, fuck! Ah, scheiße. Wir probieren nochmal hier... Wir sind jetzt hier durchgekommen, irgendwie. Wo? Die sind direkt hier. Wir versuchen... So, und weil? Wir gehen einfach mal direkt... Dahin kommen wir nicht. Hier... Ist wieder so ein komischer Stromkasten, Pilze... Ein einzelner Schuh? Okay. Was, was, was jetzt? Hä? Okay, die können uns nicht hier... War ja klar, war ja klar, war ja klar. Oh, nö, Leute. Okay, es wird gespeichert oder schon mal wenigstens etwas? Dann gehen wir jetzt hier runter. Können wir hier rein? Oh, ja klar. Okay. Super, mega gut. Jetzt müssen wir uns ja schon wieder beeilen. Wenn wir noch wüssten, wo lang es geht, dann wird noch besser, aber... Hey. Äh, ich gehe mal davon aus, dass wir nach geradeaus da müssen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wir verziehen uns mal gerade auf diese Art und Weise hier. Was? Wo bin ich jetzt gelandet? Das wollte ich gar nicht. Ach, shit. Oh, ich kann nur nochmal zurück. Nein, 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 come on! Shit. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Komm, 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 mein Jung. Komm, mein Jung, geh. Komm. Komm. Scheiße. Oh nein. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Mir zu nah. Geh mal mit ihm halt so auf die Art und Weise. Schnell, schnell. Da ist noch ne Leiter. Oder kam er von hier? Wer passt denn hier auf? Ach nö. Komm mal speichern. Ich bin so weit gekommen. Das muss man tolerieren. Muss man, muss man, muss man. Tolerieren. Muss man mir einen Preis geben dafür. Gefällt mir gar nicht. Los, los, los. Los, wir haben Plöcke jetzt nicht hängen an der Kante. Kann man hier irgendwie ein Rädchen drehen? Oder irgendwie irgendwas? Oh je. Ah, super. Wird gespeichert. Das ist fein. Das ist... Ja, jetzt bin ich schon etwas beruhigter. Das ist gut. Dann können wir uns ja auch hier vorsichtig... Kannst du mal von der Tür da gehen? Ah, fuck. Nein, 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 nein. Hier wollen wir noch nicht, oder? Leck. Ich sprint hier jetzt einfach durch und... Oh nein, oh nein. Nein. Nein, 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 ich hab dir doch nichts getan. Jetzt komm schon, jetzt beruhig dich doch mal. Affe. Ah, Mann, Plö... Äh, Mann, oh. Also das ist eine Kombination aus... ... ein bisschen, ein bisschen Augen gucken, ein bisschen weglaufen, ja. Alles andere, ähm... ...schavierisch. Ähm, hier lang müssen wir noch. Okay. Okay, wenn wir jetzt da runter gehen, dann müssen wir... Ganz schnell hier hoch. Okay, gut. Gut, das war jetzt ohne... Verdammt. Nein, 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 komm, ich wollte gar nicht in den Raum da. Nein. Was denn, was denn? Ich hab dir doch in die Augen geguckt. Ich hab doch dir in die Augen geguckt. Geht das noch? Komm, ein Medikit verwenden. Ähm. Mhm. Brauchen wir nicht? Weg damit. Wie wird denn mit einem Medikit? Ich würde dir eins geben, äh, Medipack, aber du willst ja gar nicht. Ja, dann guck die Schublade durch. Also da ist nix drin, da hier ist so eine Akte, die sieht... Ne, die sieht auch nicht gut aus. Ne, die kann man nicht gebrauchen. Hier ein Brief. Ja. Vielleicht hier 49E. Ne, ist... Ne, vergesst es. Ähm, 46B. Ne, auch nicht. Und hier, nein, auch... 37E. Die ist es jetzt auch nicht. Denn 36A. Das ist absolut kein Buch, was wir brauchen können, sondern stattdessen liegt ja klar auf der Hand hier D6. D6 beinhaltet D6 Akte und einen Plan hinten noch drauf, damit wir uns ein bisschen orientieren können. Das brauchen wir. Bleibt doch noch ein bisschen da drin, das war doch so schön. Ich mach nix. Wir laufen einfach hier so rein. Um dann hier und dann... Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Lila war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht...